Moin Moin, Kuzovaskar hier. Dies soll ein Video werden zum Thema Deckbau in meiner Videoreihe How to Barcelona. Also, soll um den Deckbau gehen. Ich werde immer wieder gefragt, ey, du hast hier unten diese ganzen Zahlen, wie hast du das gemacht? Ich habe hier unten die einzelnen BRs, wo ich mir Decks erstellt habe, jetzt hier für die deutsche Nation. So, und brauche da halt bloß drauf gehen und dann bin ich im 8.0er Deck drin, im 7.7er, im 6.7. So, wie macht man das? Ihr geht hier auf Fahrzeugdecks. Dann seht ihr hier schon die ganzen Decks, die ich erstellt habe. Hinzufügen, dann habt ihr hier unten ein neues Deck, Deck 12 wird sie umnennen. Dann nennen wir das jetzt einfach mal 3.0, klicken auf OK, gehen auf Anwenden. So, ich bin jetzt, ihr seht es hier unten, im 3.0er Deck. Nicht wundern, der 8.3er Panzer hier, das ist jetzt sozusagen bloß ein Platzhalter. Gehen jetzt in die Forschung rein, gucken, dass wir erstmal auf realistische Umstände, also den Spielmodi, den ihr spielt, weil die BRs ja unter anderem anders sind. Und nehmen jetzt mal das Sonderkraftset mit. Wichtig! Ihr seht jetzt hier oben so eine graue Markierung. Das heißt, dass das Sonderkraftset auf diese Besatzung, das hier sind eure ganzen Besatzungen, ausgebildet wurde schon mal. Ihr müsst, wenn ihr ein neues Fahrzeug habt, einmal das Fahrzeug kaufen und dann müsst ihr noch das Fahrzeug auf eine Besatzung ausbilden. Das kostet euch auch nochmal Silver Lines. So, und wenn ihr jetzt nicht wüsstet, auf welche Besatzung ihr schon mal ein Fahrzeug ausgebildet habt, dann würdet ihr immer wieder Silver Lines ausgeben. Wollt ihr natürlich nicht, ist ja Goldstorb, das Zeug. Also, darauf achten. Jetzt hier einfach draufklicken, zack, ist das Sonderkraftset drin. Den 8.3er Panzer kann ich jetzt auf Fronturlaub schicken. Der lässt sich jetzt da erstmal in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen. Und kann jetzt weitere 3.0er Panzer hier reinnehmen in das Deck. Der war schon mal da vorne ausgebildet. Den Marder merke ich nicht, den nehme ich nicht mit. Panzer 3J finde ich aber witzig. Den nehmen wir mit. Den Stuck mag ich zwar auch nicht, aber ich nehme mit. So, dann gehen wir mal noch demonstrativ in die Luftwaffe. Wichtig, es ist egal, ob Panzer oder Luftwaffe. Es wird von dem Fahrzeug mit dem höchsten BR, werdet ihr eine Schlacht suchen. Das heißt, ihr könnt hier 3.0er drin haben, habt ihr aber ein Flugzeug mit 4.0 drin. Dann werdet ihr ein Gefecht suchen auf 4.0. Das müsst ihr bedenken, das ist wichtig. So, dann schauen wir mal hier hinten. Üblicherweise habe ich nämlich die Flugzeuge hinten sortiert. Den hatten wir schon mal da, den Flieger. Nehmen wir noch einen Bomber mit. Na, wo ist er denn? Hier. So, jetzt zeigt er mir das nicht an, weil der auf der Crew da schon mal war. Das ist natürlich bitter. Ihr seht das jetzt. Würde ich den jetzt auf die andere Besatzung ausbilden wollen, müsste ich jetzt 16.000 Silverlines bezahlen. Will ich aber nicht. Das ist wichtig. Versucht am Anfang, wenn ihr ein Deck erstellt, euch eine Reihenfolge festzulegen. Ich habe in aller Regel hier vorne die leichten Panzer, dann kommen die mittleren Panzer, beziehungsweise Jagdpanzer, dann kommen die schweren Panzer, dann kommt hier hinten noch so ein bisschen Flack oder sowas oder irgendwelche besonderen Fahrzeuge, wie diesen Radpanzer halt hier. Und hier hinten habe ich in aller Regel einen Jäger, Bomber, ja optional noch einen Flieger, also drei Flieger hinten meistens. Das habe ich aber erst relativ spät umgesetzt, dementsprechend sind jetzt halt nicht alle Decks so, wie ich es gerne hätte. Da bin ich gerade noch am Umbauen. Kostet aber natürlich Silverlines, weil ich halt die um ausbilden muss, was halt ein bisschen ärgerlich ist. Deswegen sage ich euch das jetzt, versucht wirklich von Anfang an, wenn ihr neu anfangt, das einzuhalten. Ihr spart euch später eine Menge Silverlines und Älger. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen eigentlich zum Deckbau an sich. Versucht da immer schön eine homogene Masse hinzukriegen. Ich sage mal so, wenn ihr 3.0 habt, dann ist 2.7 oder 2.3 könnt ihr dann auch noch mitnehmen, kommt aufs Fahrzeug drauf an. Aber versucht ansonsten so ein bisschen auf einer Stufe zu bleiben. Das soll es eigentlich dann auch schon im größten Teil zum Deckbau gewesen sein. Ich denke, ich werde im nächsten Video mal auf die Skillung der Besatzung eingehen. Und ja, wünsche euch an dieser Stelle dann viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, sagen wir mal so, wir sehen uns demnächst im Stream oder im Video oder sonst irgendwo. Ciao, ciao!